Musik 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 So, wir hatten noch, nur, nur die Leute steigen ein, die noch keinen Wohnwagen haben. Die einen Wohnwagen haben, steigen wieder aus. Musik So, ihr habt ja alle noch keinen Wohnwagen. Gut. Und passt auf, den Wohnwagen auf, solange. Wir kommen gleich wieder. Markier mal auf den Flughafen. Beim Flughafen. Musik Wir holen jetzt alle einen Cargobob von euch und ihr holt euch nochmal alle einen neuen Wohnwagen. Musik So, wir gehen erstmal einen Wohnwagen holen. Und einen Cargobob. Ihr bestellt schonmal einen. Musik Das kann ein bisschen dauern. Super, Kuro. Das legen wir gleich wieder los. Diesmal mit dem Wohnwagen. Juhu. Von oben runter. Ja. Kuro fühlt sich schon gut. Wie sie da alle sitzen. So. So, bestellt schonmal einen Wohnwagen. Ich bestelle auch mal einen neuen. Bitte steigt nicht in den falschen Wohnwagen ein. Ich glaube, wir haben bereits... Leider können die nichts liefern. Und dann... Heben wir einen Wohnwagen an. Die noch keinen haben, die können ja einen bestellen. Äh, der du. Du. Der du. Du kannst ja einen... Was? Äh, das macht ihr jeden... Ja, jeden Sonntag. Ungefähr... Uhrzeiten sind immer verschieden. Jetzt erstmal 17 Uhr. Ähm. Ja. Du kannst hier auch einen Wohnwagen holen. Schonmal bestellen. Kaufen. Bei Pegasus Fahrzeugen. Ah, Pegasus Fahrzeug ist weg. Genau. Gut. Wir holen schonmal einen Cargobob. Jeder ein. Und dann tragen wir unser Wohnwagen dahin. Auf den Berg hoch. Anders kommen wir da nicht mal wieder und nicht hoch. Lkw kommen wir auch den Berg nicht hoch. Und mit dem Bus kommen wir da nicht hoch. Haben wir schon alles versucht. Und Wohnwagen geht auch nicht. Naja. Runter erstmal. So. Hubschrauber. Da ist ein Cargobob. So, eine aussteigen. Eine aussteigen. Und du holst hier erstmal... Warte mal. Steigen die anderen ein. Äh. Ähm. Komm mal her. Nee. Komm mal her. Einer holt sich nur den Cargobob. Immer nur einer. Genau. Da gerne. So. Du holst hier schonmal dein Pegasus Fahrzeug. Deinen Bus. Äh. Dein Wohnwagen. Wir holen ihn gleich noch ein. Gucken wir da vorne. Ja. Auf der PS3 funktioniert es auf jeden Fall. Da verlieren wir nicht die Fahrzeuge. Wie auf der PS4. Und dann treffen wir uns gleich beim Berg. Auf dem Berg drauf mit dem Wohnwagen. Da fahren wir gleich alle runter. So. Der nächste. Warte. Noch nicht aufsteigen. So. Einer aufsteigen wieder. So. Drin bleiben. Komm her. So. Au. Was wird das? Was wird das denn? Du musst dir dein Pegasus Fahrzeug holen. Deinen Wohnwagen. Musst du dir den kaufen. So. Dann holen wir uns jetzt auch nochmal ein. Dann du. Dann ich wieder. Da steht da noch einer. Nee. Doch da. Steig aus. So. Dann hol ich mir noch einen. Das wird eine Tour. Aber bei mir funktioniert das. Bei euch irgendwie nicht. Bei mir spawnen sie alle. Der du. Hol dir jetzt schon mal einen Wohnwagen. Bestellen musst du. Nicht hinterher. So. Schon mal holen. Kaufen. Bestellen. Pegasus. Ey. Keiner. Ihr Spezialist-Vehicle ist jetzt bereit für dich. Zurück. Das ist die erste Pickup-Station. Ja. Ich will da gleich wieder runterfahren. Ja. Aber Kuo. Gleich. Ein bisschen Geduld, ja? Ja. Leider. Immer ein bisschen Geduld. Warum? Warum gehst du da nicht weg? Mit deinem Cargo-Bob. Junge. Los. Hallo. Hallo. Du musst da weg. Mit deinem Cargo-Bob. Nicht da stehen bleiben. So spawnt da gleich keiner für mich. Ah. Jetzt aber. Komm. Mal holst du dir. Ich hoffe, da steht jetzt einer. Muss mal. Okay, da ist schon mal ein Pegasus-Fahrzeug. Pegasus-Fahrzeug. Äh. Wundern. Ja. Endlich. Jetzt hab ich auch rein. Aussteigen bei Kura. Ja. Ein Cargo-Bob. Ich liebe Cargo-Bobs. So. Einsteigen? Ja. Aber wir machen zur Zeit sehr viel mit dem Cargo-Bob. Macht der Spaß. Ja. Wir wollen ja nur runter dann. So. Anhängen. Oh. Zu weit an der Kante, da. Aber Kura, da kriegst du schon hin. Ja. Funktioniert. Oh oh. Oh oh. Oh Glück gehabt. Gerade so im Himmel kommen. Das wird eine lange Tour. Oh man, ich hab richtig das Gewicht an meinen Sack hängen, ey. Das spüre ich so richtig. So. Wir sind auf dem Weg. Auch wenn mit Schrittgeschwindigkeit. Du musst mal tanken. Ja. Kostet ein bisschen, ja. Cargo-Bob schluckt sehr, sehr viel Benzin. Wir kommen voran mit dem Wohnwagen jetzt. Da kommen wir. Einer ist hinter mir. Die holen mich. Ich kann dich nicht holen, sonst, ähm, weil ein... Wenn mein Wohnwagen schon mal oben ist, dann kann ich dich abholen. Sonst muss ich jemand anderes abholen. So, wir müssen jetzt alle Wohnwagen nach oben bringen. Bitte steigt nicht in den falschen Wohnwagen ein. Weil dann ist der Wohnwagen weg von Pegasus. Bis zum nächsten Mal.